Hier ist sie wieder, liebe Zuschauer, die liebe Kathi und die Top 10 Show. Das sind ja ihre beliebtesten Produkte und Sie wissen vielleicht bereits, dass wir über 16.000 verschiedene Produkte im Produktportfolio besitzen und haben. Und dann ehrt und zeichnet das natürlich auch die Produkte ganz besonders aus, wenn diese dann hier in dieser Sendung sind. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was ist denn das Thema? Das Thema ist Garten und das kommt natürlich super passend zum Frühjahr. Und da haben wir Ihre Lieblingshelferlein, tolle Dekorationsideen und Co. auf den Plätzen mal gesammelt. Also seien Sie gespannt und rufen Sie an, denn wir legen gleich für Sie los mit Platz Nummer 10. Und da beginnen wir gleich mal mit bezaubernder Dekoration mit unserer lieben Anne und dem lieben Willi. Kennen Sie die noch nicht? Da müssen Sie jetzt zugreifen. Die sind so süß. Wir haben hier kleinen Willi für Sie und natürlich auch kleinen Anne gleich. Wir zeigen beide jetzt für Sie eingeblendet hier unser Willi. Und das ist natürlich bezaubernde Dekoration für den Garten, für die Terrasse. Wir haben es jetzt hier bei uns einfach mal so auf den Weg gestellt. Können Sie natürlich auch schön im Beet platzieren, wenn Sie möchten. Oder vorne vor der Eingangstür ist das auch ganz bezaubernd. Denn diese Figuren hier sind sehr robust, wunderschön gemacht, auch sehr, sehr schwer übrigens. Also Willi hier, das ist wirklich ein richtiger Willi mit 2,2 Kilogramm Gewicht. Also sehr, sehr robust. Der fällt auch beim Sturm nicht um. Hand bemalt. Schauen Sie sich das mal an. Jede Figur, die wir hier zeigen, ist jetzt ein Unikat, weil die alle handbemalt sind. Und total süß. Mit einem kleinen Stoffmützchen hier. Sie können natürlich selber entscheiden, soll er das Mützchen aufbehalten oder nehmen Sie es auch mal ab. Vielleicht nur bei schönem Wetter. Wenn dann die Sonne scheint, wenn das Wetter schön ist, dann kriegt er auch sein kleines Mützchen hier auf. Super süß. Können Sie selber vielleicht mal ein bisschen frech, ein bisschen kecker so zur Seite gedreht. Ja, der kleine Willi, das mag er dann auch mal. Und er war hier schon unterwegs. Wir sehen das. Der hat hier Pilze gesammelt und er hat auch die Laterne dabei, sodass er auch im Dunkeln seinen Weg findet oder natürlich auch Ihren Besuchern den Weg weist. Gerade wenn Sie den jetzt mal im Eingangsbereich aufstellen, draußen im Vorgarten, dann können Sie da sehr schön ein kleines Teelicht reinmachen oder vielleicht auch ein LED-Teelicht. Und dann leuchtet hier diese wunderschöne Laterne ganz, ganz toll. Und Willi hat dann hier sein kleines Licht dabei. Das sieht auch in Beeten ganz bezaubernd aus, wenn man die da so süß reinsetzt. Hier Willi und Anne. Und mein Tipp ist immer, bestellen Sie dann auch beide zusammen. Ja, also ich meine, das ist ja ein Paar, oder? Die kommen doch nicht alleine. 18,91 Euro. Was meinen Sie, wie einladend das auch aussieht, liebe Zuschauer, wenn das mal im Eingangsbereich steht? Unter der Bestellnummer NX 72 91 und der 569 können Sie jetzt Willi bestellen. Das ist unser Werteherr, der der Champion für Sie schon mal in der Hand hält. Die Laterne hat und jetzt gerade mal so ein bisschen frech das Mützchen zur Seite trägt. Aber natürlich, wir sehen es gleich, der liebe Willi ist unglücklich, liebe Zuschauer, wenn er nichts sieht. Aber natürlich auch, wenn er alleine kommt. Denn die Anne gehört einfach mit dazu. Das ist eine Partnerschaft, liebe Zuschauer. Das ist eine Ehe, die die zwei eingegangen sind. Ein Bündnis, das man nicht trennt. Und deshalb bitten wir Sie auch hier jetzt gleich dann bei der Anne mit zuzugreifen. Schauen Sie sich die an, auch für 18,91 Euro. Und auch hier, Anne, natürlich wetterfest und robust für den Außenbereich bestens geeignet. Das sind Figuren jetzt, die aus Magnesia gefertigt sind. Also sehr robust, denen macht Wind und Wetter überhaupt nichts aus. Auch hier über zwei Kilo an Gewicht kann man sehr schön aufstellen. Die fallen auch bei Wind nicht um. Auch hier schauen Sie mal, wie süß das ist mit dem kleinen Stoffmützchen. Hier mit diesen süßen kleinen Dots und dann hier natürlich diesen floralen Elementen. Ist das nicht goldig gemacht, allein so ein kleines Mützchen? Wenn Sie dann natürlich jetzt so ein bisschen begabt sind, ja, was die Handarbeit angeht. Da können Sie der Anne natürlich noch ein weiteres Mützchen nähen und dem Willi auch. Das ist natürlich dann auch ganz, ganz süß. Aber die Anne auch hier wieder handbemalt mit ihrem kleinen süßen Kleid. Die hat hier das Täschchen dabei und hat auch hier selbstverständlich ein kleines Licht, sodass sie im Dunkeln immer den Weg findet. Auch hier haben wir jetzt mal ein LED-Teelicht reingemacht. Und schauen Sie mal, die süßen Schuhe alleine hier mit den Schnürbändchen. Ist das nicht goldig? Das gehört einfach schön in den Garten gestellt, in den Vorgarten für so einen kleinen Preis hier. Ganz bezaubernde Dekoration. Schauen Sie mal, wie süß das hier bei uns. Ich zeige es nochmal so, ich gehe mal so ein Stück zur Seite. Wie süß das hier bei uns aussieht, allein wie einladend, wenn man das da schön hinstellt. Oder dann auch mal ins Beet. Das hat so einen ganz bezaubernden Charakter dann alleine, so einen ganz einladenden Charakter, wenn das schön aufgestellt ist. Wir sehen Sie nochmal beide zusammen, liebe Zuschauer. Das ist eine Ehe. Sie möchten doch hier keine Ehen zerbrechen, oder? Also hier bitte gleich zugreifen mit der Bestellnummer NX 7292 und der 569 bei Klein-Anne und auch bei Klein-Willi. Die kosten jeweils 18,91 Euro. Und da heißt es wirklich schnell sein und dann bitte auch zugreifen. Die Top 10 der Gartenprodukte beginnt gleich zuckersüß und goldig mit einem lächelnden Gesicht. Aber liebe Zuschauer, bringt Ihnen natürlich auch ganz, ganz viel Komfort nach Hause. Denn ich weiß, dass jeder Herr, der sich ordentlich um den Garten kümmert, sich über eins einfach stört und ärgert. Und das sind Maulwürfel, Platz Nummer 9. Eigentlich ja ganz süße Tierchen, würden die nicht so einen Dreck im Garten verunstalten. Ja, da ärgert man sich schon sehr. Ja, gerade wenn man so eine schön neu gesäte Rasenfläche hat, den Rasen wirklich gehegt und gepflegt hat. Und plötzlich sieht man da, bubub, 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 die Maulwurfshügel. Und da denkt man sich, nein, das kann doch jetzt nicht sein bei mir im Garten. Und man darf den Tieren ja nichts tun. Man darf auch nicht mit Chemie gegen die Tiere vorgehen. Deshalb sucht man eine chemiefreie Variante. Und da habe ich Ihnen jetzt was ganz Tolles mitgebracht von Royal Gardenier. Und zwar unseren tollen Solar Maulwurfs frei, der hier mit Solartechnik arbeitet. Und mit einer Ultraschall, also eine niedrigfrequente Schwingung, die hier dann einfach, einmal eingeschaltet im unteren Teil, die Maulwürfe einfach verschreckt. Das ist ein Ton, den nur die Maulwürfe hören können. Den mögen die Maulwürfe nicht. Und dann gehen die weg. Da bewegen die sich einfach von ihrem Grundstück weg. Und so einen Maulwurfschreck, den können Sie jetzt wunderbar einfach, wenn Sie sehen, oh, da ist ein Maulwurfshügel gekommen, da wissen Sie ja. Da ist dann auch die Grabrichtung von dem Maulwurf. Da hat er dann quasi seinen Kanal gegraben unterirdisch. Da können Sie diesen Maulwurfschreck wunderbar in den Maulwurfshügel hineinstecken. In einem Umkreis von 30 Metern jeweils arbeitet dieser Maulwurfschreck mit seiner hochfrequenten Schwingung. Sie sehen, das ist schön gemacht. Einfach einstecken mit dem Spieß und dann haben Sie hier Ihren Maulwurf konsequent vertrieben, ohne dem Tier selber etwas zu tun. Eigentlich sind das ja auch ganz süße Tierchen, aber ich kann es natürlich verstehen. Frischen Rollrasen, vielleicht auch den Sie ausgelegt haben, der super teuer war, das ist einfach super ärgerlich. Katja hat es gesagt, Sie haben frischen Rasen, frische Saat gesät und dann kommt sowas auf einmal. 4,66 Euro für die chemiefreie Variante, die Sie auch beruhigt schlafen lässt, weil Sie wissen, dass Sie den Tierchen nichts getan haben. Sie haben Sie nur darauf hingewiesen, dass der Ton nicht ganz so schön ist und dass man da am besten einen Umweg macht, also um Ihr Grundstück herum. Und das ist wie gesagt ein tolles Bereich, den hört man selbst als Mensch nicht. Stromversorgung hier dank Solar und die Bestellnummer, die Enix 3999 und die 569. Jetzt ist Ihr Rasen, Ihr Gartenbereich vielleicht aber etwas größer und Sie sagen, mit einem komme ich nicht wirklich weit. Da hat die Katja gesagt, Mensch, Antin, wenn die Top 10 schaut doch das Vierer-Set gleich mit, das bestellen sowieso die meisten Zuschauer. Ja, weil der arbeitet in einem Umkreis von 30 Metern jeweils, also wenn Sie da so ein kleines Grundstück haben, sage ich mal ein Reihenhaus mit so einer kleinen Gartenfläche, dann reicht natürlich einer. Aber wenn man eine größere Gartenfläche hat oder vielleicht auch Beetflächen, bei uns ist das immer sehr ärgerlich, wenn die Maulwürfe dann auch in die schön gepflanzten Beetflächen reingehen. Wenn man da ein bisschen größeren Garten hat, dann bestellen Sie sich am besten gleich das Vierer-Set, dann sind Sie gut ausgestattet. Und man kann das dann auch sehr schön so machen, dass man diese Maulwürfe frei an die Seiten vom Garten setzt, damit da auch dementsprechend die Maulwürfe gar nicht erst auf das Grundstück kommen. So kann man konsequent vorsorgen. So kann man konsequent vorsorgen. Hier sehen Sie nochmal in der Grafik natürlich auch die einzelne Variante und das Vierer-Set eingeblendet. NX 3419 und die 569 an dieser Stelle ihre Bestellnummer. Tolle, tolle Produkte, die wir hier für Sie haben, liebe Zuschauer. Aber es geht natürlich auch, wenn wir rund um das Thema Garten sprechen, um Freizeit, Beschäftigung, um gute Laune. Und da gehört Musik ganz einfach mit dazu. Platz Nummer 8. Wenn sich jemand mit guten Partys auskennt, dann ist das die liebe Kathi. Und die hat gesagt, eine mobile Partyanlage darf in dieser Top 10 definitiv nicht fehlen. Das stimmt. Hier haben wir ein super Exemplar, jetzt schon ganz stark nachgefragt hier bei uns immer. Die muss einfach jetzt hier direkt mit hinein. Das ist ein super Gerät. Wir haben hier eine Partyanlage mit 30 Watt Musik Spitzenleistung mit LED-Beleuchtung im vorderen Teil. Und da können Sie jetzt Ihre Lieblingsmusik komplett, Sie sehen das, kabellos überall da hören, wo Sie möchten. Und das ist natürlich eine geniale Sache, die wir hier haben. Sie können die Musik ganz entspannt via Bluetooth von Ihrem Smartphone streamen, weil unsere Partyanlage Bluetooth-fähig ist. Also ganz toll, kabellos via Bluetooth. Dann haben Sie die Möglichkeit hier, den Media Player zu nutzen, der verbaut ist. Das habe ich jetzt hier auch gerade bei uns im Studio gemacht. Ich habe jetzt einfach einen USB-Stick genommen. Auf dem sind jetzt hier schöne Lieder. Das können Sie auch machen. Die Lieblingslieder einfach auf einen USB-Stick. Und das Ganze dann hier ganz einfach abspielen. Das geht dann auch automatisch, wenn man das anmacht. Das Gerät erkennt auch alles automatisch. Das ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Sie haben aber auch dann die Möglichkeit, wenn Sie möchten, Radio zu hören. Da ist auch gleichzeitig ein Radio verbaut. Das heißt, wenn Sie mal unterwegs sein sollten, gerade für so jetzt, wie wir das machen, im Garten. Man sitzt vielleicht auch, Sie haben vielleicht einen Schrebergarten und sind im Schrebergarten und möchten da so eine richtig leistungsfähige Musikanlage. Dann nehmen Sie dieses Gerät einfach mit, weil das ist dann Ihre neue Partyanlage. Ganz leistungsfähig. Sie sehen das. Vor allem kabellos. Viele, viele Stunden. Wunderbarer Musikgenuss. Ohne, dass Sie irgendwo ein Kabel brauchen. Ohne, dass Sie einen Stromanschluss brauchen. Musikwiedergabe. Ganz, ganz einfach. Und falls Sie zwischendurch halt auch mal so Sportergebnisse hören möchten, haben Sie das Radio mit verbaut und können natürlich jederzeit auch auf Radio umschalten. Und das finde ich halt hier super praktisch und genial. Vor allem für den Preis. Kein Wunder, dass die so stark nachgefragt ist. 35,06 Euro ist aber ein Hammer, liebe Zuschauer. Deshalb bitte, bitte zugreifen und bestellen. Unter der Bestellnummer ZX1608 und der 569. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Produkt. Jetzt gerade auch hingehen zur Sommerjahreszeit, wo man vielleicht dann auch gerne mal Zeit draußen verbringt, wo man einfach musikalisch auch so ein bisschen Background haben möchte, um das gute Leben zu genießen. Also zugreifen und bestellen. Und Kathi, die sieht ja auch super aus. Sieht super aus. Ist halt auch sehr leicht, sehr handlich. Also hat natürlich diesen schweren Lautsprecher, um natürlich auch hier den Bass zu produzieren dementsprechend und die gute Musik. Aber dann natürlich hier auch wunderbar durch den Tragegriff komfortabel und auch gut portabel auch. Also für den tollen Sonderpreis von 35,06 Euro einfach eine mega geniale Sache, muss man ganz klar sagen. Deshalb hier schon stark nachgefragt, weil viele natürlich jetzt auch vielleicht für den Urlaub was suchen, für die Zeit draußen im Grünen. Super praktisch. Super praktisch, unsere Akku-Musikanlage auf Platz Nummer 8 hier mit der ZX 1608 und der 569. Das sind nur 30,06 Euro. Sie sehen, auch wir haben schon die ein oder andere Party damit gefeiert. Also das können wir wirklich wärmstens nur empfehlen. Ja, wir haben uns schon um das Thema Rasen gekümmert in dieser Top 10 Show rund um das Thema Garten. Aber es ist natürlich nicht nur getan mit der Garten- und Rasenpflege, wenn man schaut, dass keine Maulwürfe den Rasen zerstören. Es muss ja auch ab und zu mal ein bisschen bewässert werden, gerade auch die Beete. Und da möchten wir Sie unterstützen mit Platz Nummer 7. Denn da haben wir für Sie eine kleine digitale Bewässerungshilfe. Genau, einen Bewässerungskomputer bzw. eine kleine Bewässerungsuhr, die wir hier haben, kommt natürlich mit einer Schutzkappe auch entsprechend zu Ihnen nach Hause, dass Sie die immer schützen können. Und auch nochmal mit einem Adapterstück ist aber für alle Standardgewinde Wasserhähne 3,25 Zoll geeignet. Also auch für den Ihren zu Hause wirklich bestens geeignet. Und den kann man dann einfach zwischenschließen zwischen den Wasserhahn und dann den Schlauch bei Ihnen zu Hause. Sie sehen das ganz einfach. Und dann hat man hier Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar kann man hier bis zu 15 Tage die Bewässerung einstellen. Man kann einstellen, wie lange bewässert werden soll. Also Bewässerungsdauer von einer Minute bis zu 10 Stunden. Die Bewässerungszyklen, also an welchen Tagen bewässert werden soll von diesen 15 Tagen. Man kann auch bewässerungsfreie Tage dann dementsprechend wählen. Man hat sechs Bewässerungsprogramme, die man speichern kann, wenn man das möchte. Und so hat man dann hier die Möglichkeit, ein wirklich optimales Bewässerungsergebnis für seine Pflanzen, seinen Rasen oder seine Beete zu erzielen. Auch jetzt an den Tagen, wo man mal nicht zu Hause ist oder wo man es vielleicht mal nicht schafft, seine Pflanzen, seine Beete zu bewässern. Sie wissen das selber. Oft ist man dann so eingebunden auch in den Alltag. Denkt man, oh, ich muss noch irgendwie bewässern. Gerade wenn es dann wieder wärmer wird, dann darf man nur ganz früh morgens oder ganz spät abends bewässern. Weil es dann natürlich sehr, sehr warm tagsüber auch wieder ist. Dann nur morgens oder abends bewässern. Und da schafft man das auch gar nicht. Und da ist so eine Bewässerungsuhr natürlich sehr, sehr sinnvoll. Auch wenn Sie mal am Wochenende nicht da sind oder in den Urlaub fahren, weil Sie hier 15 Tage perfekt Ruhe haben und das alles einstellen können. Und man ist da wirklich sehr flexibel und frei. Und man hat vor allem superlangen Ruhe auch damit, liebe Zuschauer. Und deshalb mal in die Leitung gehen und bestellen, liebe Zuschauer, zu diesem Spitzenpreis, den wir hier jetzt an dieser Stelle auch für Sie gemacht haben. Und das sind 18,91 Euro unter der Bestellnummer NX 5005 und der 569. Tolles, tolles Helferlein, gerade bei der Bewässerung des Rasens. Ich weiß, dass der Rasen auch so ein bisschen das Herzstück eines jeden Mannes ist. Wenn ich mich da zum Beispiel an meinen Vater erinnere, da gab es dann damals den guten, teuren Rollrasen. Und meine Güte, wenn der nicht adäquat bewässert wurde und man da ein bisschen zu viel bewässert hat, da war aber, sage ich Ihnen, zappelnduster zu Hause. Deshalb hier jetzt zu greifen mit der Bestellnummer NX 5005 und der 569 ist super, oder? Ja, auch wenn man jetzt bedenkt, bei Beeten, dann hat man schön was angepflanzt, vielleicht auch neue Büsche oder Sträucher. Da muss ja auch täglich bewässert werden. Willst du denn dann immer mit der Gießkanne laufen und schleppen? Nein. Dann legst du einmal da irgendwie schön dementsprechend deinen Schlauch rein und dann kannst du das jederzeit immer schön einstellen. Auch die Bewässerungszeit, das ist wirklich sehr, sehr praktisch, das Ganze. Gehen Sie in die Leitung und rufen Sie an, liebe Zuschauer, die Top 10 Show rund um das Thema Garten. Wir haben tolle Helferlein zur Bewässerung. Wir haben fantastische Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und natürlich auch passende Dekorationen. Wir haben aber noch was weiteres Tolles für Sie und das schauen wir uns einfach mal an auf Platz Nummer 6. Auf Platz Nummer 6, liebe Zuschauer, sind nämlich unsere Gartenschläuche. Das sind aber keine herkömmlichen Gartenschläuche. Und ich muss der Kathi an dieser Stelle nicht einmal behilflich sein, denn die sind dehnbar und super leicht. 50 Meter, das ist jetzt 50 Meter Gartenschläuche. Das kann nicht sein. Das sind maximal, maximal 10 Meter. Das hier, das sind 10 Meter Gartenschläuche, das ist 50 Meter Gartenschläuche. Das ist eine Riesensensation, die wir hier haben. Das sind natürlich ganz spezielle Gartenschläuche, ganz neu und innovativ. Ich nenne sie wirklich immer magisch, weil Sie sehen ja, ich habe hier mal eben 10 Meter Gartenschlauch und ich kann diese 10 Meter Gartenschlauch auf einem Finger einfach so balancieren. Die wiegen fast nichts, die sind super leicht. Also da hat man wirklich gar keine Probleme mit, die auch mal irgendwo hin zu transportieren, irgendwo aufzuhängen, unterzubringen. Auch ganz klein und kompakt. Und diese 10 Meter Gartenschlauch dehnen sich jetzt unter Wasserdruck, hier sehen wir es, schau es dir an. Wow! Magisch quasi, unter Wasserdruck auf die dreifache Länge. Das heißt, Sie haben hier einen Gartenschlauch von 30 Metern Länge. Und mit dem kann man natürlich jetzt perfekt seine Rasenfläche oder auch die Beete mal schön bewässern. Das ist sensationell das Ganze, weil man hier einen sehr, sehr robusten Gartenschlauch hat. Wir haben hier Goldfarben, Aluminiumanschlüsse, alles selbstverständlich tropfsicher. Einen UV-Mantel, der gegen UV-Strahlung und Hitze gesichert ist. Das ist extrem langlebig, das Ganze. Hier sehen wir das mal mit dieser reißfesten Polyester-Ummantelung. Und im Inneren ist noch so ein spezieller Kern, der hier diese magische Dehnung dann vollzieht. Also es ist wirklich ein Konstrukt, das sensationell ist. Hier sehen wir auch noch mal diese goldfarbenen Aluminiumanschlüsse. Das ist eine robuste Bauweise, die einfach fantastisch ist und nur Vorzüge bietet, weil diese Schläuche jetzt auch nicht mehr vertüttern können, sich nicht mehr irgendwie ineinanderknoten. Unter dem Wasserdruck gehen die automatisch auseinander. Kathi sprach anfangs von einem 10 Meter langen Schlauch, der, Sie sehen es, bis zu 30 Meter jetzt unter Wasserdruck ausfahren kann. 37,91 Euro, das ist natürlich auch für Sie und für Ihren Rücken einfach eine ganz, ganz fantastische Entlastung. Und auch fürs Portemonnaie. 37,91 Euro, Bestellnummer NX5594 und die 569. Das Prinzip des dehnbaren Gartenschlauchs gefällt Ihnen wahrscheinlich schon. Sie sagen aber, 30 Meter reichen nicht so ganz aus. Also ich möchte den schonen nur mal größer haben. Dann kommen wir jetzt zu dem Modell, was ich in meinem wunderbaren Eimerlein trage. Denn da sind wir bei 56,91 Euro und bei bis zu 50 Metern. Und das muss man überlegen, das sind 50 Meter Gartenschlauch. Jetzt in dem kleinen Eimerchen ganz leicht. Auch hier natürlich gleiche Bauweise wieder mit dieser tollen Polyesterummantelung. UV-beständig, hitzebeständig. Absolut robust einfach mit diesen Aluminiumanschlüssen. 50 Meter. Im Original 17,5. Dehnt sich aus auf 50 Meter. Und dann einfach in so einem kleinen Eimerchen kannst du locker überall hintragen. Normalerweise hast du die Gartenschläuche, Sie kennen das wahrscheinlich auch, haben Sie auch so einen langen Gartenschlauch. Die Gartenschläuche sind immer so richtig sperrig und schwer. Und die hat man dann auf diesen großen Wegen. Und die kriegt man da gar nicht ab. Und dann sind die immer porös und alles. Das ist immer eine Katastrophe. Und da müht man sich immer mit seinen schweren Gartenschläuchen ab. Das hast du hier alles nicht mehr. Die sind hier wirklich so komfortabel. Das ist wirklich eine Revolution an Gartenschlauch, die wir hier anbieten können. Entscheiden Sie sich bitte für die passende Größe und greifen Sie zu. Und Sie werden es lieben, mit diesem Gartenschlauch zu bewässern. Und das, liebe Zuschauer, unter der Bestellnummer NX5593 und der 569. Es liegt natürlich jetzt auch an der Größe Ihres Gartens, Ihres Vorgartens, ob Sie bei der bis zu 30 Meter langen oder bei der bis zu 50 Meter langen Variante zugreifen. 56,91 Euro. Das ist wirklich ein Hammer. Und vor allem, es macht das Ganze natürlich auch deutlich komfortabler. Wir haben es eben in diesem kurzen Video auch gesehen, wie man jetzt hier tatsächlich auch über Steinchen ganz einfach drüber gleitet. Wie man hier natürlich auch deutlich sanfter zu den umliegenden Dingen wie Rasen oder auch Pflanzen sind. Wo der Gartenschlauch einfach beim Bewässer mal aufliegen wird. Deshalb ist das hier wirklich die sehr innovative und vor allem clevere Variante. Liebe Zuschauer, Halbzeit. Alle Produkte dieser Sendung übrigens für Sie nochmal zu finden auf www.perl.tv, falls Sie später zugeschaltet haben. Es geht um die Top 10 Garten. Und auch da ist ein Problemchen in den vergangenen Jahren und gar Jahrzehnten aufgefallen, das wir jetzt lösen. Bei Platz Nummer 5. Denn da ist einem ja immer und immer mal wieder aufgefallen, wie schön das denn wäre, wenn man selbst nicht zur Steckdose gehen müsste, sondern wenn die Steckdose zu einem kommt. Denn Außenkabel sind super teuer und vor allem super lästig. Ja, und wenn man dann gemütlich hier irgendwo im Garten sitzt, auf so einer Parkbank vielleicht auch sitzt, vielleicht Sie auch im Schrebergarten sitzen oder auch eine Sportveranstaltung mit dem Verein irgendwo haben. Ja, da hat man zum Beispiel ganz klassisch Elektrogeräte, wie zum Beispiel wir hier jetzt mit unserem Licht. Klassisch so ein ganz normaler Schuko-Stecker. Und dann denkt man sich, wo kriege ich jetzt Strom her? Wie geht das jetzt? Steckdose, nirgendwo weit und breit. Und dann fängt man an, wie Vivian gerade gesagt hat, Verlängerungskabel zu suchen und zu machen und zu tun. Womöglich gibt es gar keine Steckdose. Schauen Sie mal hier. Hier, unser toller Platz Nummer 5, das ist die Steckdose zum Mitnehmen. Und da haben Sie jetzt Strom, überall da, wo Sie Strom haben möchten. Das ist eine Riesensensation. Das ist so eine Mega-Powerbank, die wir hier haben. Und die ist unglaublich beliebt, sensationell. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und ich war so beeindruckt. Wir haben hier 42 Amperestunden Anleistung. Das bedeutet 42.000 Milliampere Stunden. Das ist richtig, richtig viel. Sie können natürlich hier vorne auch immer schauen, wie voll das Ganze noch ist. Einfach Batteriestand prüfen. Und dann haben Sie hier auch so kleine Extras mit dabei. Hier ist zum Beispiel noch im vorderen Teil so eine Lampe, die Sie nutzen können, wenn Sie das möchten. Geht natürlich auch. Können so ein bisschen leuchten. Das ist auch noch mit dabei. Aber die Sensation ist hier wirklich das, was da an Leistung rauskommt, was Sie nutzen können. Weil hier ist eine ganz normale Steckdose, wie Sie sie aus der Wand kennen, vorgesehen. Zusätzlich USB-Steckplätze, wo Sie all Ihre Geräte, die per USB geladen werden, laden können. Das kann das Smartphone sein, E-Book-Reader, Kamera, egal was. Alles aufladen. Und dann haben wir hier unten noch so kleine Stecker. Und dazu ist im Lieferumfang dieses Adapter-Element mit dabei. Schauen Sie mal. Und da wird es vielleicht deutlich. Sie haben vielleicht auch Geräte, die diesen 12-Volt-Zigarettenanzünder-Anschluss haben. Und die können Sie jetzt auch betreiben. Dank des Adapters, der hier für Sie im Lieferumfang dabei ist. Also alle Geräte, egal ob 12-Volt-Zigarettenanzünder, Stecker, USB oder auch ganz normal hier Steckdose, einfach zack einstecken. Und schon kann das dementsprechend losgehen. Und Sie können hier alles super einfach betreiben, wie Sie das möchten. Das geht ganz wunderbar. Und dann leuchten hier unsere Lichter in bunten Farben. Sie sehen, das geht super einfach, super toll. Und da zum Beispiel mal irgendwie auch Musikanlage, Lichter, vielleicht dann auch mal eine kleine Kühltruhe oder sowas. Egal was, du hast alle Möglichkeiten. Selbst ein Notebook können Sie jetzt perfekt hier betreiben. Wenn Sie Ihr Laptop mitnehmen, einfach hier einstecken, laden, betreiben, kein Problem. Kein Problem, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt so greifen. War ja ganz, ganz lange vergriffen. Ich glaube sogar über ein halbes Jahr mussten wir auf die nächste Lieferung warten. Sie ist jetzt gerade da, aber das Kontingent bei uns hier auf Lager ist wirklich sehr, sehr klein. Da wurde schon zahlreich zugegriffen und wir müssen Ihnen an dieser Stelle, das leitet uns gerade auch die liebe Redaktion mal weiter, Ihnen sagen, dass es sein kann, dass wenn Sie heute in dieser Top 10 Show nicht zugreifen, Sie den Solarkonverter und die Powerbank hier mit 42 Amperestunden wahrscheinlich dann erst im späten Sommer wieder bekommen werden. Wir haben wirklich nur noch ein kleines Kontingent auf Lager, deshalb bieten wir Ihnen jetzt nochmal den TV-Sonderpreis. Und die letzten Stück zahlen damit auch gleich an unter der Bestellnummer NX 2738 und der 569. Zugreifen und bestellen. Liebe Zuschauer, wir hören gerade, dass Anne und Willi, Platz Nummer 10, schon sehr, sehr begehrt sind bei Ihnen. Da wird schon zahlreich zugegriffen, da wird schon bestellt, was das Zeug hält, aber natürlich auch bei den weiteren tollen Produkten, die wir Ihnen gezeigt haben, wie die Akkumusikanlage für 35,06 Euro, die auch schon sehr stark begehrt ist bei Ihnen. Bitte, bitte greifen Sie da gleich zu. 123,41 Euro für die Steckdose to go, der TV-Sonderpreis, Bestellnummer NX 2738 und die 569. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass alle Produkte dieser Sendung für Sie unter www.perl.tv noch einmal gelistet sind. Das ist natürlich jetzt aufgrund der Top 10 Show eine etwas längere Sendung und deshalb ist es auch für Sie wichtig zu wissen, dass der TV-Sonderpreis, wir sagen ja immer bis zu zwei Stunden nach Ausstrahlung dieser Sendung gilt, aber die Zeit damit natürlich auch schon läuft, weil wir jetzt hier eine längere Sendung haben. Das heißt also jetzt bitte zugreifen und gleich bestellen, bevor der TV-Sonderpreis bei den ersten Produkten demnach auch schon vergriffen ist. Tolle, tolle Produkte, tolle Möglichkeiten, eine tolle Flexibilität, die Ihnen hier geleistet wird, dank der Steckdose to go, dank dieser 42 Amperestunden, das ist übrigens so viel Kraft wie von einer kleinen Autobatterie, dieser Möglichkeit, jetzt hier überall einfach alle Geräte mit Strom zu versorgen, sei es das Smartphone, das Tablet, das Notebook, das die Kinder gerne mal unruhig macht oder auch für Sie eine schöne Kühlbox für ein stilles, leckeres, kaltes Bierchen, ein kühles, blondes mal zwischendurch. Wir machen weiter, liebe Zuschauer. Was gibt es denn da zu lachen? Sag mal, kühles Bier. Achso, bei uns geht die Sonne unter, bei Ihnen hoffentlich nicht, liebe Zuschauer, denn wir haben ein nächstes tolles Highlight für Sie und das bringt Licht ins Dunkel, Platz Nummer 4. Das Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Nein, wir sorgen für Beleuchtung. Wir sorgen gemeinsam für Beleuchtung bei unseren wunderschönen Lampen, die wir hier für Sie haben. Das sind tolle Gartenleuchten und zwar mit Solar-LED-Technik, die wir hier haben. Das ist was ganz Besonderes, weil diese tollen Gartenleuchten können Sie überall aufstellen, wo Sie möchten. Die brauchen kein Kabel, kein Elektriker, gar nichts. Die arbeiten alleine mit Solarpanel im oberen Teil. Wunderschön gemacht. Hier oben sind vier Solarpanel eingearbeitet, die tagsüber Sonnenenergie aufnehmen. Und sobald es dunkel wird, ich simuliere jetzt hier nochmal die Nacht. Wir haben es ja schon ein bisschen dunkel im Studio gemacht, aber ich kann das hier nochmal schön zeigen mit so einer kleinen Abdeckung. Dann leuchten diese Laternen. Sie haben es gerade gesehen, die hat so ein bisschen geleuchtet und plötzlich hat die heller geleuchtet. Ist Ihnen aufgefallen? Das ist hier einmal die normale Beleuchtung, 30 Lumen, die angeht, sobald es dunkel wird, dank eines Dämmerungssensors. Und dann, ganz, ganz clever, sobald sich jemand hier vorne vor dem Bewegungssensor bewegt, geht die 100 Lumen Beleuchtung von diesen LEDs an. Sodass man hier wirklich ein schönes, helles Licht hat. Sie sehen das sehr, sehr angenehm dann für Ihre Terrasse, für den Garten, für den Eingangsbereich, um hier wirklich toll zu beleuchten. Das ist was ganz, ganz Feines natürlich. 1,60 Meter die Höhe von dieser tollen Solar-LED-Gartenlaterne, die wir hier für Sie haben, überall aufzustellen, wo Sie möchten. Für unter 50 Euro. Sie wissen, was Lampen kosten? Ja, Sie haben sich schon mal informiert, oder? Das ist, man kann für, gerade auch für Gartenlampen, so viel Geld ausgeben. Da ist man schnell mal bei 150 Euro locker. Und dann musst du immer noch Kabel verlegen, du hast die Stromkosten. Hier, ganz einfach, Solar-LED-Technik und dann überall, zack, aufgestellt für 47,41 Euro. Das ist die Sensation schlechthin. Das ist die Sensation schlechthin und bringt Ihnen natürlich auch gleich Urlaubsatmosphäre und Flair nach Hause. Ich finde gerade dieses romantische, schöne Design ist toll. Für unter 50 Euro, 47,41 Euro unter der Bestellnummer NX 67,69 und der 569. Aber Hand aufs Herz, so eine Laterne kommt genauso wie Anne und Veli selten alleine. So was holt man sich jetzt in mehrfache Ausführung und Variante. Und klügelt da vielleicht auch das System ein bisschen aus. Da, wo man jetzt besonders viel Licht braucht, kommt natürlich auch das zweiflammige Modell, das Sie vielleicht aus Paris oder aus Ihrem Sommerurlaub noch kennen. Für 66,41 Euro genau richtig. Und man kann die wirklich sehr gut kombinieren. Sie sehen es ja, das ist ja quasi hier eine Baureihe, die wir haben. Sehr schön gemacht. Hier jetzt eine höhere Größe, 1,80 Meter von der Höhe, die wir hier haben. Auch hier wieder wunderschön, einmal ein dezentes Licht von 30 Lumen. Sobald jemand dann in den Bewegungssensor hineinläuft, schaltet es hoch auf 100 Lumen. Und das geht automatisch bei Ihnen zu Hause dann. Sie schalten die einmal im oberen Teil an und dann leuchten die jeden Abend, sobald es dunkel wird, dank eines Dämmerungssensors, der eingebaut ist. Da geht das Licht immer automatisch auf 30 Lumen an, sobald es dunkel wird. Wenn dann jemand in diesen Bewegungssensor kommt, 100 Lumen. Und das pro Lampe, das heißt hier 200 Lumen an Leuchtkraft. Und wir haben hier wirklich eine tolle Verarbeitung. Das ist hier Metall bei unserem Lampenmast, den wir haben. Sehr gute Verarbeitung. Einfach aufstellen. Sie können dann selber entscheiden, möchten Sie das mit dem Boden auch noch schön verschrauben, wenn Sie möchten. Wenn Sie da so einen Steinboden haben. Oder natürlich auch, wenn Sie da vielleicht so eine Holzpaneele haben im unteren Teil bei Ihrer Terrasse, haben Sie natürlich immer die Möglichkeit hier. Da sind die Löcher schon vorgesehen und auch das Montagematerial ist mit dabei. Das sind drei Schrauben. Einfach mit dem Boden auch fest verschrauben. Und Sie sehen hier nochmal schön, das ist hier, Sie hören es auch? Das ist alles Alu, was wir hier haben. Also wirklich eine tolle Qualität auch. Das ist fantastisch. Also sowas für den Preis. Jetzt auch zweiflammig das Modell hier für 66,41 Euro. Man hat ja keine Folgekosten mehr. Und man hat sie aus dem Karton rausgenommen. Man steckt das zusammen. Das sind hier drei Steckelemente aufsetzen. Zack, die hat man innerhalb von zehn Minuten zu Hause dann aufgestellt. Das ist wirklich komfortabel und zum kleinen Preis hat man eine ganz, ganz tolle Laterne, eine tolle Lampe zu Hause für den Garten. Ich finde es wirklich auch bezaubernd. Und wir sehen zahlreiche Presseauszeichnungen folgen natürlich auch. Unsere Zuschauer bestellen immer mindestens zwei. Das ist so gang und gäbe. Natürlich, gerade wenn man natürlich auch so ein schönes, romantisches Beleuchtungselement irgendwo im Garten hat, möchte man auch so eine wiederkehrende Dekoration einfach für Sie haben. Und da, liebe Zuschauer, ist das natürlich dann auch hervorragend. Hier sehen Sie nochmal das zweiflammige Modell eingeblendet unter der Bestellnummer NX 67,72 und der 569 für 66,41 Euro für Sie zum spätsten Preis. Und links noch einmal das einflammige Modell, also sprich die klassische Laterne unter der Bestellnummer NX 67,69 und der 569. So weit, so gut. Entspannung und Licht ist da. Ja, blöd ist nur, wenn das Licht gerade auf einen schönen Strauch scheint, der noch nicht richtig zurechtgestutzt ist. Ja, aber auch da sagen wir, Mensch, wir haben das Richtige für Sie auf dem Treppchen. Wir klettern hoch, Platz Nummer 3. Jeder, ich glaube, jeder kennt die Blasen an den Fingern, wenn man mal zu lange mit einer Schere Unkraut oder Sträucher oder Hecken schneiden musste. Das ist jetzt Schnee von gestern. Mit unserer tollen 2 in 1 Gras- und Strauchschere. Die ist eine Riesensensation. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsprodukte hier aus dem Programm. Eine Gras- und Strauchschere akkubetrieben, so einfach einzusetzen. Hier, das kennen wir alle. Wir alle haben Bäume auf dem Rasen stehen und da kommt der normale Rasenmäher nicht an die Kanten. Da muss man immer mit der Schere nachschneiden. Das ist zeitaufwendig, belastend. Hier gehst du einfach einmal mit dieser tollen Grassschere da ringsherum und da wird das Gras super schnell entfernt. Dann haben wir den zweiten Aufsatz mit dabei. Das ist hier dieser Strauchaufsatz. Ich sage immer, das ist wie eine kleine Heckenschere. Und damit, mit dieser kleinen Heckenschere, können Sie jetzt Ihre Sträucher, Ihre Büsche, kleine Hecken, Buchsbäume zum Beispiel, perfekt trimmen und beschneiden. Und zwar ganz leicht, ganz einfach, weil dieses Gerät wirklich perfekt in der Hand liegt. Das ist so leicht, so einfach. Von der Benutzung her, das ist so praktisch. Und hier mit diesem Softgrip leicht zu tragen, da haben Sie einen Sicherheitsverschluss. Das geht auch so jetzt nicht los, weil diese Blätter natürlich auch scharf sind. Deshalb hier, so kann gar nichts passieren. Erst immer hier einmal reindrücken und dann hier unten drücken. Dann arbeitet das Gerät im vorderen Teil los und man kann es benutzen. Ideal jetzt hier natürlich, um Büsche, Sträucher oder sowas zu schneiden. Dann können Sie den Aufsatz immer wechseln zum zweiten Aufsatz. Und können dann natürlich auch, ja, diese Rasenkanten trimmen, wenn Sie möchten. Können auch mal Unkraut zum Beispiel mit diesem zweiten Aufsatz irgendwo rausschneiden. Gerade wenn da so Löwenzahn in Rasenflächen ist, ist das ideal. Ich kann Ihnen das gerne mal zeigen hier zum Beispiel. Wir haben ja hier auch unsere kleinen Buchsbäume hier vorne. Das ist ja auch so eine Sache. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Ich zeige Ihnen das mal hier drüben. Das ist ja hier bei so einem Buchsbaum. Man denkt immer, wie kommen die in so eine tolle Form? Wie kriegt man die so rund hin? Man sieht das immer. Das geht natürlich nur, wenn man hier so ein Gerät hat. Weil damit ist man natürlich dann auch im Garten selber flexibel. Oft hat man ja nirgendwo eine Steckdose. Wie soll man da überhaupt hinkommen? Da kann man das hier wirklich wunderbar in Position bringen. Kann das hier wunderbar in diese runde Form schneiden. Ganz einfach, ganz flexibel, ganz ideal. Oder halt dann hier auch mal schön das Unkraut rausschneiden, wie man möchte. Zwei Aufsätze mit dabei für den tollen Preis. Das muss man sich mal überlegen. Ideal. Ideal, liebe Zuschauer, für 28,41 Euro. Vor allem ist das Ganze auch im Akkubetrieb. Dadurch haben Sie natürlich auch maximale Einsatzmöglichkeiten, maximale Freiheiten bei dem Schneiden bzw. Stutzen der Hecke. des Buchbäumchens, des Strauches oder natürlich auch des Grases, was einfach der Rasenmäher noch nicht so schafft. Auch Unkrautbeseitigung geht damit spielend leicht. Bestellnummer NX 51, 91 und die 56. Oh, liebe Zuschauer, Anne und Willi sind stark nachgefragt. Und die Steckdose to go, die befindet sich jetzt tatsächlich wirklich auf den allerletzten Stückzahlen. Da kann es sein, dass im Callcenter schon gesagt wird, dass sie vergriffen ist, wenn sie sich da jetzt zu viel Zeit lassen. Also bitte zugreifen und Sie dürfen natürlich so oft Sie wünschen im Callcenter auch anrufen. Wir fassen da Ihre Bestellung für Sie natürlich liebend gern zusammen. Sie zahlen sowieso maximal einmal pro Tag Porto und Versand. Ein weiteres Thema, das mit dem Garten quasi eins ist, ist Rasenmähen. Aber wir machen das ganz entspannt mit einer tollen neuen Technik auf Platz Nummer 2. Denn wenn ich an Rasenmäher denke, dann denke ich ja an diese Wahnsinnskolosse, die man wirklich mit ganz viel Kraft hin und her schieben muss. Nein, 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 sagst du. Was haben wir denn da? Schau mal, da haben wir was ganz Leichtes, einfach zu transportieren. Super leicht. Schauen Sie mal, das nimmt wenig Platz weg, kann man sogar an die Wand hängen, wenn man das möchte. Dö, 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 dö. So einfach ist das. Und kann sogar jede Dame wunderbar tragen. Ich zeige Ihnen das mal bei uns hier auf dem Rasen, damit wir uns das mal so ein bisschen anschauen können, wie das funktioniert. Das ist nämlich eine Riesensensation. Sensation. Wir sprechen hier von einem Luftkissen-Rasenmäher. Das heißt, ganz tolles Design. Man sieht es direkt, der hat keine Räder, gar nichts. Denn hier wird im unteren Teil unter diesem Rasenmäher, wenn man ihn anschaltet, ein Luftkissen aufgebaut und dann schwebt dieser Rasenmäher über dem Rasen. Also hier Luftkissen, das macht den dann ganz leicht beweglich über dem Rasen. Der schwebt hin und her und so wird der Rasen wunderbar gemäht. Wir haben hier dann ein Dreiklingensystem, eine Schnittbreite von 28 Zentimetern und man kann auch, da man die Klingen umsetzen kann, zwei Schnitthöhen einstellen. Ganz einfaches Mähen durch diese Form des Rasenmähers jetzt und diese Leichtigkeit beim Mähen selber. Hier diese Mäherfahrung, eine ganz, ganz neue für viele. Das kann wirklich jeder. Also selbst zum Beispiel, wenn Sie älter sind, wenn Sie sagen, Mähen ist eigentlich gar nicht mehr meins. Man gleitet hier förmlich mit dem Mäher ganz leicht über den Rasen. Man hat die Möglichkeit, hier hin und her zu schwingen, dann durch dieses Luftkissen angeschaltet. Ich zeige Ihnen das mal. Man wird hier übrigens einfach einmal hier ziehen, dann da drücken. Also auch ganz einfach von der Bedienung. Da muss man jetzt nicht irgendwas reißen oder machen oder tun, sondern ganz kinderleicht das Ganze. Und schon hat man hier wirklich diese Freude am Mähen durch diese Leichtigkeit, durch dieses Luftkissen, das da erzeugt wird. Und man kommt sehr gut unter Büsche und Sträucher. Man hat keine reifen Spuren auf dem Rasen. Und man sieht es hier sehr schön, dieser Rasenschnitt bleibt ganz leicht gehäckselt, dann als Mulch auf dem Rasen liegen. Hat also auch noch eine Düngfunktion. Und vor allem ist das, ich glaube, mit Abstand der günstigste Rasenmäher, den ich so je gesehen habe. 75,91 Euro. Ich hatte ja auch schon die Ehre, damals noch in Buckingen, in unserem alten Sendezentrum, liebe Zuschauer, den mal tatsächlich auch auf echtem Rasen zu nutzen. Und ich muss wirklich sagen, das ging tadellos. Das geht wirklich spielend leicht. Und wenn ich das kann, dann können Sie das wirklich auch. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Unterstützung und auch Selbstständigkeit für viele, die sagen, mit dem normalen Rasenmäher schaffe ich das nicht. Oder ich möchte vielleicht auch für einen kleinen Rasenbereich, für eine kleine Rasenfläche, die ich habe, mich dann nicht in Unkosten stützen bezüglich eines Rasenmähers. Ich nenne Ihnen noch schnell die Bestellnummer. Die lautet hier NX5016 und die 569. Und da sehen wir mal dieses Paradebeispiel des fantastischen Rasenmähers. Und du klappst ihn mal zusammen für uns. Ich klappe ihn einmal komplett zusammen. Den kann man wirklich sehr kompakt dann auch mal mitnehmen im Auto, wenn man möchte. Man kann ihn sehr gut auch komfortabel im Keller zum Beispiel bei kleinem Platzbedarf aufbewahren. Und ich kenne so viele, die, wie du gerade gesagt hast, immer gesagt haben, oh, ein Rasenmäher gleich 300 Euro, 400 Euro. Das ist mir viel zu teuer. Das gebe ich nicht aus. Mache ich dann lieber per Hand mit irgendwie einer Sense oder so einem kleinen Handmäher. Muss nicht sein, 75,91 Euro für einen Luftkissenrasenmäher, der so toll funktioniert. Es ist der Wahnsinn, liebe Zuschauer. Unter der Bestellnummer NX5016 und der 569, bitte, bitte jetzt zugreifen. Die Top-10-Show rund um das Thema Garten, liebe Zuschauer, hat aber auch fantastische Produkte für Sie hier bereit gehalten. Dieser Luftkissenrasenmäher, den Sie gerade noch eingeblendet sehen, die digitale Bewässerungsuhr, die wir hatten, die Solar-Laternen, die von unseren Zuschauern gleich doppelt immer bestellt werden. Das machen Sie wirklich clever. Wir hatten die Steckdose To-Go, die auf einem begrenzten Kontingent ist und die dehnbaren Gartenschläuche. Jetzt geht es ja eigentlich nur noch um ein lästiges Thema, das wir bisher noch nicht behandelt haben. Jeder kennt es. Unkraut. Platz Nummer 1. In die Knie gehen und dann mit einem kleinen Messerchen auf den Knie schrubbendes Unkraut entfernen. Das ist Schnee von gestern, denn die Kathi hat uns einen fantastischen Unkrautvernichter mitgebracht. Ihr Platz Nummer 1 rund um das Thema Garten. Das wundert mich nicht für 23,66 Euro. Das stimmt, weil ein Unkrautvernichter für 23,66 Euro, ein Heizstufen-Unkrautvernichter mit zwei Heizstufen, der ist eine richtige Sensation. Hier wird mit heißer Luft gearbeitet, einmal 600 Grad heiß, hier sehen wir es gerade im Einsatz, der Ihr Unkraut dann ganz einfach vernichtet und richtig verödet, also bis an die Wurzel hinein. Und solche Unkrautvernichter werden ja im professionellen Bereich mittlerweile ganz stark eingesetzt. Also wenn man zum Beispiel Straßenreinigung oder so etwas beobachtet, da wird überall mit solchen Unkrautvernichtern gearbeitet, weil natürlich das eine umweltfreundliche Variante ist. Es darf keine Chemie mehr eingesetzt werden. Wir kennen alle die neuen Gesetzgebungen, nach denen besagt ist, keine Chemie, man darf keine Mittelchen mehr einsetzen gegen das Unkraut. Das ist verboten mittlerweile, das wissen Sie auch, auch auf Ihrem Grundstück, weil das geht ja dann alles ins Grundwasser. Deshalb, da darf man sowas nicht mehr einsetzen. Und wir suchen natürlich alle, das ist klar, wir wollen alle kein Unkraut auf der Terrasse haben, wenn hier zwischen den Fugen hier überall, wenn da dann das Unkraut dann rauskommt, wenn da plötzlich Rasen rauswächst oder sowas. Und das kann natürlich passieren, wenn sich dieser Sand, der dazwischen ist, dann absenkt. Hier, wir sehen es. Und man möchte das rausbekommen, da muss man jetzt nicht mehr mit einem Messerchen kratzen. Und selbst da bleibt ja immer auch die Wurzel meistens drin, sondern da geht man wirklich professionell, wie die Profis auch, mit diesem Heißluft-Unkrautvernichter hier einfach drüber. Schau dir das vorher-nachher-Ergebnis mal an. Und vor allem, wie gesagt, hier musste keiner auf den Knien über den Boden klettern, liebe Zuschauer. Das ist halt auch einfach der Punkt. Das ist natürlich nicht nur super für Ihren Rücken, sondern vor allem auch für langfristige Ergebnisse. Dank dieser Hitzetechnologie, mit der wir hier arbeiten, die jetzt tatsächlich auch wirklich bis zur Wurzel hin natürlich alles verödet, dass da auch nichts mehr nachwachsen wird. Und es sieht einfach auch gepflegt aus. Kathi, ich glaube, jeder kennt das. Wir schauen natürlich auch in die Vorgärten, zum Beispiel in die Einfahrten unserer Nachbarn. Man schaut da oben, macht man da was? Oder lässt man das so ein bisschen verkommen, möchte ich ja fast schon sagen. Es gehört sich einfach, dass das so schön sauber und gepflegt aussieht, dass da kein Unkraut ist. Und wenn Sie jetzt nicht gerade Kunstrasen haben, wie wir jetzt, werden Sie einfach unter Unkraut auch leiden. Liebe Zuschauer, 23,66 Euro. Gehen Sie hier in die Leitung und rufen Sie bitte an. Das ist fantastisch. So einfach war es noch nie und so günstig war es auch noch nie, an so einen tollen Unkrautvernichter ranzukommen. Ich zeige Ihnen noch mal die Varianten, die Sie hier haben. Wir haben einmal den großen Aufsatz mit dabei, ja, für größere Flächen. Wir haben auch diesen feinen Aufsatz mit dabei. Können Sie dann auch gerne auswechseln, wenn Sie möchten. Und ich habe es eingangs gesagt, wir können hier vorne, hier in diesem Bereich, die Heizstufen umstellen. Es gibt hier zwei Heizstufen für Sie. Einmal natürlich die 600-Grad-Variante. Die ist, um das Unkraut zu vernichten zum Beispiel. Die kann man aber zum Beispiel auch benutzen, um jetzt, es ist ja wieder Grillzeit, haben Sie schon gegrillt, um zum Beispiel mal Kohle anzuzünden vom Grill. Das ist auch sehr praktisch. Sie können hier auch ein Element rausnehmen und es dann als Handheizlüfter verwenden, um dann die Grillkohle direkt mal schnell auf Temperatur zu bekommen. Da muss man dann nicht so lange warten. Die zweite Heizstufe, das sind hier 50 Grad, die Sie haben. Die können Sie auch gern verwenden, falls es mal dazu kommen sollte, gerade im Winter, dass zum Beispiel Rohrleitungen oder so etwas, dass vielleicht auch irgendwelche Scheiben oder bestimmte Bereiche gefroren sein sollten, um das dann wieder aufzutauen. Also das ist dann hier die 50-Prozent-Stufe, die Sie einstellen können. Die können Sie dann nutzen, um dementsprechend hier Dinge, gerade Rohrleitungen oder so etwas, wieder aufzutauen. Sehr, sehr intelligent. Aber hier natürlich ein so toller Unkrautvernichter, 600 Grad, professionell halt, ohne dass man irgendwie kriechen muss, ganz entspannt aus dem Stand, das Unkrautvernichten für 23,66 Euro. Nicht ohne Grund hier unser Platz Nummer 1 in dieser Top 10 der Gartenprodukte. Bestellnummer lautet NX 9520. Und danke, Kathi Mensch, danke für diese bezaubernde Sendung. Das war aber auch eine spannende Top 10 Show, liebe Zuschauer, die wir haben. Ist ja immer eine meiner Lieblingssendungen, die Top 10 Shows. Ihre wahrscheinlich auch. Deshalb gehen Sie da in die Leitung und bestellen Sie sich Ihre Schnapper, liebe Zuschauer. Rund um das Thema Garten durften wir Ihnen wirklich alles vorstellen. Und ich weiß, dass viele Damen und Herren gerade schon bei Willi und Anne zugreifen. Dankeschön, dass Sie diese zwei nicht trennen. Das macht man auch nicht. Bitte auch beim Unkrautvernichter zugreifen. Der ist noch lieferbar. Wir wissen nicht, wie lange. Genauso wie die Steckdose to go. Und dann dürfen Sie sich zurücklehnen und den Sommer und den Garten in vollen Zügen genießen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.